Der digitale Werbemarkt wird in diesem Jahr zum ersten Mal den traditionellen überholen. Das heißt, es ist schon mehr als ein Trend, es ist schon eine Realität. Alle Beteiligten müssen sich umstellen, müssen sich daran anpassen. Es bietet aber mehr Möglichkeiten als Risiken, maßgeschneiderte, zielgruppenspezifische Ansprache. Das eröffnet auch für Agenturen völlig neue Möglichkeiten, da Kunden jetzt für jeden Markt eine spezifische Antwort machen.